Musik Salam und herzlich willkommen zum ersten Video meiner diesjährigen Ramadan-Reihe. An dieser Stelle wünsche ich an erstmal all meine muslimischen Zuschauer Ramadan-Karim und ich wünsche euch und euren Familien einen segensreichen Ramadan-Monat. Ich starte die Ramadan-Reihe heute mit einer leckeren Suppe. Nein, keine Herera-Suppe, die typisch marokkanische Suppe, die an Ramadan bei uns ein Must-Have ist. Da habe ich vor Jahren mal ein Video hochgeladen. Schaut einfach mal hier vorbei und dann seht ihr, wie die Herera gemacht wird. Heute zeige ich euch eine leichte Alternative. Man hat sehr gerne an Ramadan eine gute Abwechslung und deswegen zeige ich euch eine leckere Champignon-Creme-Suppe. Die ist super einfach und sehr leicht gemacht, beziehungsweise auch ganz schnell gemacht. Und ich zeige euch gleich heute zwei Spezialitäten. Ich dachte mir, komm, neben der Suppe muss noch was her. Und deswegen zeige ich euch neben der Suppe noch eine leckere Hascha. Hascha mal ganz anders. Und wie das gemacht wird, das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch zunächst mal die Zutaten und dann legen wir auch mit der Suppe direkt los. Hier vorne seht ihr gleich meine ganzen Zutaten. Ich habe hier Champignons. Ich habe eine Kombination aus braunen und weißen Champignons genommen. Außerdem habe ich hier noch eine große Zwiebel. Die habe ich hier fein gewürfelt. Zwei Lorbeerblätter. Nee. Was haben wir hier? Das ist Knoblauch. Zwei Knoblauchzehen. Butter. Hier habe ich Hühnerbrühe. Ihr könnt aber auch stattdessen Gemüsebrühe nehmen oder Rinderbrühe. Ganz wie ihr wollt. Außerdem Schlagsahne und Olivenöl, Salz und Pfeffer. Wie ihr seht, super easy. Und los geht's. Zuallererst brate ich die Zwiebeln schön glasig an. Das Ganze mache ich heute in meinem Bräter. Ich habe hier bereits die Butter geschmolzen. Und einen Schuss Olivenöl hinzugegeben. So circa einen Esslöffel für den guten Geschmack. Und jetzt gebe ich die Zwiebeln hinein, samt die Lorbeerblätter. Die können ruhig mit von Anfang an, damit die das schöne Aroma schon mal abgeben. An dieser Stelle gebe ich jetzt die Champignons hinzu. Und schalte dann gleichzeitig den Herd ruhig auf hoher Stufe, damit die Champignons schön anrösten können. So, ich warte jetzt, bis die dann einmal so schön zerfallen. Und dann gebe ich die restlichen Zutaten noch hinzu. Während die Champignons vor sich hin braten, könnt ihr mir eure Rezeptwünsche einmal in die Kommentare schreiben. Also meine Ramadan-Reihe ist noch recht offen. Ich habe noch nicht alles abgedreht. Von daher könnt ihr mir auch gerne eure Rezeptwünsche mitteilen. Und ich schaue mal, was ich dann da zusammenwürfeln kann. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf jeden Fall auf eure Ideen. Und also da ist wirklich alles offen. Ihr könnt von süß bis herzhaft, orientalisch, europäisch, also was euer Herz begehrt. Und ich bin mal gespannt. Hier gebe ich jetzt den Knoblauch noch hinzu. Und lasse jetzt die Champignons, ihr seht, hier haben jetzt schön Flüssigkeit gezogen. Ich habe den Knoblauch hinzugefügt. Und ihr seht, die Champignons haben jetzt hier schön Wasser gezogen. Das ist völlig normal. Lasst es so lange braten, bis die Flüssigkeit komplett reduziert ist. Und im Anschluss füge ich dann einmal das Mehl hinzu, damit das Ganze schön gebunden wird. Und lasse das noch für ein paar Menüchen mit anrösten. Und setze dann einmal die Brühe an. Und nun binde ich das Ganze mit Mehl an. Ihr seht, die Flüssigkeit ist hier schön verdunstet. Weitestgehend zumindest. Und jetzt gebe ich einfach das Mehl hinzu. Röste das noch ein bisschen mit an. Und lösch das Ganze mit der Brühe ab. Auf jeden Fall mit Pfeffer würzen. Und mit dem Salz ruhig vorsichtig, da würde ich das erst zum Schluss abschmecken, da die Brühe relativ salzig sein kann. Ich gebe da jetzt nur ein bisschen hinzu. Und schmecke das zum Schluss nochmal mit Salz schön ab. Mein Mann hat mich gerade erinnert. Und mir gesagt, dass es mit dem Abschmecken während der Fastenzeit ein bisschen schwierig sein kann. Aber ich schreibe euch die genauen Mengenangaben in die Infobox. Und dann müsst ihr eigentlich in der Regel nichts mehr abschmecken. Und das Ganze werde ich für euch übernehmen. Jetzt gebe ich den Deckel drauf und lasse die Suppe jetzt für 15 Minuten bei niedriger Hitze vor sich hin simmern. Und zum Schluss verfeinere ich sie noch mit etwas Sahne und püriere sie anschließend. Und fertig ist die erste Mahlzeit. Und jetzt geht's rüber zum zweiten Rezept. Ich habe jetzt zwei Drittel meiner Suppe in einem Gefäß gegeben. Diesen Teil werde ich jetzt nämlich gleich pürieren. Und den anderen Teil, ein Drittel, der noch im Topf übrig geblieben ist, den werde ich jetzt auch stückig lassen. Weil ich finde, wenn die Suppe nur so kleine Champignonsstücke hat, so zwischendurch, ist nicht so langweilig wie eine breiige Konsistenz. Deswegen werde ich jetzt den ein Drittel ganz lassen, so lassen wie der ist. Und den anderen Teil, den werde ich jetzt gleich einmal pürieren. Und im Anschluss verfeinere ich das Ganze mit der Sahne. Und im Anschluss verfeinere ich nachdem ich alles miteinander gemixt habe ist diese wunderbare konsistenz entstanden schaut euch die mal bitte an wie schön cremig die suppe ist also ich will euch jetzt nicht so den appetit anregen wenn ihr jetzt gerade am fasten seid aber das nennt man eine cremige champignonsuppe wenn euch aber diese konsistent zu dickflüssig ist könnt ihr die natürlich mit heißem wasser noch mal ein bisschen verdünnen bis ihr eure gewünschte konsistent erreicht habt und ansonsten finde ich die so wie sie ist perfekt da gibt es dem ganzen nichts mehr hinzuzufügen so und die kann jetzt einmal schön noch vor sich hin ziehen man sagt ja je länger die suppen um so schmackhafter werden sie die lasse ich jetzt noch vor sich hin ziehen und genau und warten einfach dass sie gegessen wird zum iftar so das 17 ist fertig und jetzt machen wir unsere hascha dafür benötigen wir feinen hartweizen gris hier habe ich fetakäse geschmolzene butter ihr könnt stattdessen aber auch öl nehmen wie ihr mögt aber ich finde butter damit butter schmeckt die hascha am besten hier habe ich schwarze oliven hier habe ich entkernt und in sehr klein geschnitten und eine mittelgroße zwiebel des weiteren habe ich hier backpulver etwas salz nicht so viel oliven und fetasen salzig genug hier müssen wir nur uns langsam ran tasten und etwas oregano und natürlich wasser was ich als erstes mache die zwiebel gebe ich jetzt einmal in die pfanne und dünste sie schön glasig an so die zwiebeln sind fertig ich stelle das jetzt einmal beiseite und lasse sie zunächst mal abkühlen und in der zwischenzeit mache ich hier mit dem mit meinem gris weiter ich habe den gris mit den trockenen zutaten hier in die große schüssel gegeben was ich als allererstes mache ist ich vermeng erst mal die trockenen zutaten gut miteinander bevor ich die butter hinzufüge arbeitet da ruhig mit den händen da empfehle ich euch gerade mit den händen zu arbeiten damit ihr die konsistenz auch spürt das ist hier bei hascha ganz wichtig denn die darf natürlich nicht zu fest sein sonst wird die zu trocken und wenn sie zu wässrig ist dann lässt sie sich nicht gut formen und nun gebe ich meine flüssige butter hinzu und nochmal ein schlückchen olivenöl ich weiß nicht was ich heute mit dieser kombi habe aber irgendwie passt das alles zusammen so das vermische ich jetzt einmal bis eine sandige masse entsteht das kennt ihr ja vom gris vom letzten video zumindest vom grot und das ist bei hascha immer grundsätzlich so ihr müsst hascha zuerst immer mit dem fettanteil vermischen bevor ihr die milch oder die die das wasser hinzufügt nur so gelingt die euch wirklich und der duft von oregano das ist echt der wahnsinn so schön mediterran sowie feuchter sand und jetzt gebe ich pöpö wie immer das wasser also hier hatte ich kein lauwarmes wasser sondern ganz normales stilles kaltes wasser vom vom kranberger das gebe ich jetzt hier einfach pöpö hinzu ich sage euch aber natürlich wie immer gebe ich euch noch die genaue mengengaben durch und bei hascha ist es ganz wichtig dass ihr nicht zu lange knetet sonst wird die so so richtig zäh und tastet euch so wirklich nur mit den fingerspitzen einfach nur so mit den fingerspitzen zusammendrücken und nicht kneten und jetzt gebe ich meine zwiebeln die haben jetzt so ein schönes röstaroma jetzt schön braun und dazu den fetter käse gleich mit jetzt leicht unterheben mit den fingern es riecht herrlich oregano kommt jetzt so direkt zum vorschein zu guter letzt füge ich die oliven hinzu damit sie mir jetzt auch nicht die hascha schwarz färben die hebe ich jetzt ganz leicht unter ganz kurz gar nicht so lange so das war's bevor es jetzt weiter geht stelle ich den teig einmal bei seite und lasse den jetzt noch gute zehn minuten ziehen und dann geht es einmal zum nächsten schritt so gehen wir jetzt ans eingemachte ich nehme jetzt einmal ein stück aus dem teig wie immer alles gerne schön ab damit es alles schön gleichmäßig ist auch nachher beim garen dass die auch alle schön eine gleiche garzeit haben ich wiege die immer so mit 140 gramm sollten die schon haben und jetzt nehme ich mir zunächst weil sich die aber vorher noch in hartweizengrieß damit die nicht kleben so und jetzt nehme ich mir mein ring zu hilfe es hat hier ein durchmesser von zehn zentimeter legt ihr auf hier auf mein crepe maker das macht ganze gar ich übrigens auf meinem crepe maker aus und drücke hier die hascha schön in den ring hinein dass die alle schön gleichmäßig rund sind alle gleichmäßig dick alle gleichmäßig rund was will man mehr so ich schalte mein crepe maker erst dann ein wenn ich meine haschas zu ende geformt habe und das ganze bei niedriger hitze für circa ja ich würde sagen drei vier minuten von jeder seite bis auf jeden fall alles schön goldbraun ist und mache dann in im anschluss mit dem rest weiter so 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 so